Yo Leute und willkommen zu diesem erneuten Video. Heute zeige ich euch meinen Stumblegeist Account. Ja ich weiß jetzt gar nicht wie ich mit meinen Tronen angebe. So wir kommen erst mal zu meinen Skins. Ich habe hier eigentlich fast alle. Seltener habe ich auch fast alle. Und hier sind meine Special Skins. Einmal Kredirion, Captain Goldheart, Aferno Dragon, Blitzninja, Sajangu, Sensi Firefist, Rosen Valkyrie, Amethyst Nixie, Goldtrabbit, Robby, Cupid, Stenaten, Defuse Spirit und Skelett Dragon. Und hier die Skins habe ich alle nicht. Ich finde diesen Tornado Twister voll geil. Den finde ich geil. Den und den finde ich voll geil. Das sind voll geile Skins. Ja. Dann kommen wir zu den Emotes. Halt. Soll ich euch noch alle Special Skins oder Panzer zeugen? Ja ich zeig euch einfach alle. Hier nur mal. Weins. Ja hier. Die Verspappeln. Mal den, den Lachen. Die Zahnseite. Den Popo. Den auf den Boden fallen lassen. Das ist Herz. Die Zahnseite. Und einmal Erling Haaland. Die Zahnseite. 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 Und dann kommen wir zu denen, die ich nicht habe. Hier. Es gibt ja halt. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Special Emotes neu gibt. Die Zahnseite. Oh Mama. Habe ich nicht. Und dann kommen wir zu den Animationen. Die Zahnseite. Ich mache die einfach alle mal durch. Ja dann kommen wir zu dem Fußabdrück. Und ich würde auch sagen, dass ich einfach mal durchgehen lasse. Ja das war es mit meinen Skönens. Und jetzt würde ich sagen, wir drehen einmal an. Er ist nicht hier dran. So jetzt drehen wir einmal an einen kostenlosen. Habt ihr diesen Ball sehen. Und den gezogen. Schreibt es rein. Ja. Das passiert mir 1000 Ball. Der geht immer da dran. Aber hier drehen wir einmal das Candy Rad. Oh. Das war knapp. Fast haben wir den Candy gezogen. Es ist hier oben ein Stumble Token. Ich habe 400. Fast 500. Aber ich habe hier schon alle Skins. Ja also. Wenn da halt die Skins stabilisiert werden können wir gerne mal ein Opening machen. Und jetzt drehen wir noch einmal an. Und jetzt drehen wir noch einmal an. Und jetzt drehen wir mal was Gutes. Das ist nicht so. Ja. Kommt Backy. Hoffentlich ziehen wir was Gutes und wir ziehen schon mal was Schlechtes. Ja Leute. Jetzt kommen wir zu meinem Profil. Wie viele Kronen ich habe. Ich habe 325 Kronen. Ich habe früher sehr viel Stumble Gäste gespielt. Jetzt spiele ich gegen Kaka keine Stumble Gäste mehr. Und da habe ich 23.940 Pokale. Hier. Und ich habe YouTube-Strich-Real-Strich-Luka für den ihr mich adden könnt. Könnt ihr diesen Namen eingeben. Hier bei Freunde Liste. Was das hier für ein Name ist. Ja. Ja Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin sehr happy. Wir haben die 300 Abonnenten geschafft. Vielen Dank. Ab zu den 400 Abos und Ciao.